Katzis, ich bin wieder zuhause. Ja, warum kommt ihr mich nicht begrüßen? Nö, ich hab euch nichts mitgebracht. Ja, wir haben zuhause schon so viel. Muss ich dir immer was mitbringen? War nur ein Scherz, ich hab dir doch was mitgebracht. Nein, ich lüge dich nicht an. Ich muss es halt noch reinbringen. Hm, na gut. Also wenn ich es gleich reinbringe und dir zeige, dass ich dir doch was mitgebracht habe, was machen wir dann? Da, guck. Sag ich dir doch und du glaubst mir nicht. Wo bleibt meine Entschuldigung? Ist ja gut. Hallo, hallo, nicht so unverschämt. Ich musste das doch erstmal aufmachen. Apollo? Kommt der jetzt auch, oder? Oder kriegst wieder nur du die ganzen Leckerlis? Apollo? Da bist du. Kriegst du auch ein Leckerli? Lass Apollo ein Leckerli essen. Voll aus der Hand geschnappt. Willst du noch einen? Apollo, willst du jetzt einen oder nicht? Na los, nimm. Nimm. Mensch, Katzi. Das ist ja echt. Wow. Kätzchen, willst du jetzt noch einen? Oder bist du schon satt? Ja, einer geht noch, ne? Einer geht noch. Und dieses Kätzchen hier. Ich sehe mich schon wieder Boden putzen, weil diese Katze ist wie ein Schwein. Willst du noch? Nein. Okay. Willst du noch? Und jetzt komm her und träum hinter Apollo auf. Das ist ja echt unzumutbar. Oh, süß. Apollo, ich blitzig. Wie kann der mein angefressenes Zeug aufessen? Das ist ja voll widerlich. Iss auf. Iss hinter Apollo auf. Da. Da noch. Das da. Das ist Katzengras. Macht er nicht. Jo. Jo.